Der Goliath, eine neuartige Waffe gegen Panzer und Bunker. Der fernzusteuernde Zwergpanzer wird für den Einsatz vorbereitet. Von einem Pionier geleitet, setzt sich das Fahrzeug in Bewegung. Der Goliath wird in Stellung gebracht. Als Angriffsziel liegt bei dieser Übung ein erbeuteter, schwerer, feindlicher Kampfwagen. Der Gruppenführer gibt den Einsatzbefehl. Goliath wird dem Feind zum Angriff entgegengeschickt. Die Ladung des ferngezündeten Goliath jagt den Stahlkoloss in die Luft. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020